Das ist Paul. Paul und seine Frau wählen die Freien Wähler Delmenhorst. Denn sie wissen genau, dass hier für ihre Familie am meisten getan wird. Die Freien Wähler Delmenhorst engagieren sich für die Schulen in Delmenhorst und dessen Belange, für mehr Sicherheit für die Delmenhorster Bürger, für eine gerechte und soziale Familienpolitik. Paul weiß, dass er bei den Freien Wählern bei allen relevanten Fragen per Bürgerbefragung mitbestimmen kann und dass die Freien Wähler hier immer die Entscheidung des Bürgers vertreten werden. Wähl auch du am 11. September Freie Wähler Delmenhorst. Unsere Kandidaten in Delmenhorst sind Thomas Kunkel, Sascha Kröpelin, Sascha Bernhard und Freier Kunkel. Wir bedanken uns jetzt schon für deine Kreuze. Vielen Dank, die Freien Wähler Delmenhorst. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.